Entdecken Sie das Charisma SC. Das neue Niedrigpflegebett bietet Funktionalität und Komfort für jeden. Eine zentrale Zielsetzung in der Pflege ist die Mobilität eines Bewohners zu verbessern bzw. diese zu erhalten, solange es geht. Dank des intuitiven Designs des Handschalters können sich Bewohner ihr Bett optimal zum sicheren Aufstehen vorbereiten. Die patentierte Safe-Free-Seitensicherung kann dabei als Aufstehhilfe genutzt werden. Dank der unterschiedlichen Höheneinstellungen kann sie individuell auf die Körpergröße des Bewohners angepasst werden und bietet so einen sicheren Halt beim Aufstehen. Darüber hinaus fördern die automatischen Pflegepositionen Komfortsitz und Prophylaxeposition zur Beinhochlagerung oder Dekubitusprävention das Wohlbefinden auch von immobilen Bewohnern. Bei diesen Pflegepositionen werden mehrere Motoren im Bett gleichzeitig angesteuert und das Bett wird schnell und leicht in Position gebracht. Diese Funktionen sind der Pflege vorbehalten und sind durch eine elektronische Sperre vor einem nicht autorisierten Gebrauch gesichert. Der Komfortsitz und die Prophylaxeposition bieten eine komfortable Sitzposition, um im Bett fernzusehen, zu lesen oder zu frühstücken. Dabei erhöht ein doppelter Rückzug den Komfort beim Sitzen. Dank der Ergo-Frame-Technologie wird das Platzangebot im druckempfindlichen Sitzbereich um 16 cm erweitert. Dies führt zu einer Druckentlastung und vermindert das Abwärtsrutschen des Bewohners. Die vielseitigen Funktionen des Charisma SC helfen, die individuelle Mobilitätsressourcen des Bewohners bestmöglich zu erhalten und diese Autonomie und Selbstbestimmung, solange es eben geht, zu bewahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Video Vielen Dank.